Wir befinden uns im Baden-Baden. Das ist der größte Tümpeldeutscher. Aber das bitte nicht hinzufangen. Was mit dem Handy? Achso. Da ist der schöne Ball. Aber hier drüben sehen wir gerade etwas viel Leckeres hier. Es ist wirklich so. Johannes hat hier reingekackt. Sehr ekelhaft, aber trotzdem sehr angenehm. Wir filmen mal die Sonne. Er hat den Ball hier drin. Ich hoffe, er wirft nicht auf uns, sonst würde das ein tragisches Ende haben. Über Johannes, verschone uns bitte. Mach mal so. Ah. Fäge was. Zauber wie noch nie. Wir haben es hier gewaschen. Wir schießen jetzt zu und sie ist angenehm. Und wir warten wieder Ulti. Hier, das ist Julius. Guten Tag, Julius! Guten Tag! So, hier sieht man sich jetzt einen kleinen Unterschied, dass wir da im Glas-Schutzraum sind, in einem Forschungslabor, da am Spooker. Ich glaube, er fließt sehr hoch und sehr weit in den Süden. Dann bis zum zweiten Teil. Auf Wiedersehen!